So, das schaffst du. Papa, wir sollten einfach auf Kragsälen balancieren. So, das schaffst du. So, halt dich mit beiden fest. Du solltest vielleicht mal eine andere Strippe anfassen mittlerweile. Ich kann Tarzan machen und rüberschwingen. Darf man das eigentlich? Ich kann es nicht probieren. So, ich mache Tarzan. Das sind aber schwingende Blöcke. So, aber da hast du mir. Ich halte dich fest, dass du nicht so doll wackeln kannst. So, eins, zwei, drei, vier. So, nach dieser Taktik, John, müssen wir hier arbeiten. Die habe ich ihm beigebracht, die eins, zwei, drei, vier Taktik. Papa hat einen Schokoladenbaum. Papa hat einen Schokoladenbaum. Hey, John, waschen wir jetzt richtig schnell rüber, okay? Wenn es kannst, okay? John, gleich müssen wir mit einer Seilbahn rüber. Das schaffe. Wir müssen uns irgendwo rüberziehen. Wir müssen uns rüberziehen am Seil. Wir müssen uns rüberziehen, dann bin ich, okay? Wir müssen uns rüberziehen.